Peace Freunde, hier ist Dorkan und willkommen zu meinem neuen Video und willkommen auf meinem Channel. Und zwar Freunde, wollte ich mich erstmal für die 9000 Abonnenten bedanken. Wirklich ein sehr, sehr großes Dankeschön an euch alle Freunde. Ich bin wirklich sehr glücklich darüber. Und jetzt Freunde, kommen wir zu dem wichtigen Thema. Und zwar bringe ich ein neues Buch raus. Ja, beziehungsweise mein erstes Buch raus. Und zwar Freunde, ich bringe das Buch raus mit einem Freund. Und das Buch wird natürlich über das luzide Träumen sein. Und das Buch kommt diesen Monat noch raus, denke ich mal. Also das ist nicht nur das Buch, das ist ein ganzes Klartraumpaket. Da wird mit enthalten sein, also das Buch, eine Audiodatei und Videos zu den Techniken. Ja, also sozusagen das ganze Paket. Und Freunde, ihr könnt jetzt teilhaben an dem Buch. Ich wollte, dass unbedingt meine Community an dem Buch, ja, an dem Buch teilnimmt. Und zwar Freunde, könnt ihr auch dabei was gewinnen. Wir wählen am Ende vier Leute aus. Vier Leute werden ausgewählt, die die besten Klartraumberichte haben. Ja, die die besten Klartraumberichte an uns schreiben. Und zwar Freunde, die vier Leute, die wir auswählen. Ja, da gibt es Voraussetzungen. Es müssen 500 Wörter sein. Ja, es müssen 500 Wörter sein. Also der Klartraumbericht soll 500 Wörter drin enthalten. Und es muss wirklich was ganz Besonderes sein. Ja, also es gibt ja so die Standard-Klartraumberichte. Ihr kennt sie ja. Man kann sie überall im Internet nachlesen. Aber wir wollten halt wirklich was ganz Besonderes drin haben. Ja, weil es werden nur vier Klartraumberichte sein. Und wir wollten wirklich, dass das ganz besondere Klartraumberichte sind. Und wie gesagt, zu gewinnen gibt es, Freunde, das Buch, die Videos zu den Techniken und die Audiodatei. Also das ganze Paket könnt ihr dann gewinnen. Ihr werdet dann informiert per E-Mail, wer gewonnen hat. Und ihr bekommt dann umgehend die Sachen. Ja, ihr könnt die E-Mail mit dem Klartraumbericht an support.lucides-träumen.com schreiben. Ja, ich werde auch nochmal die E-Mail-Adresse in der Beschreibung schreiben. Und da könnt ihr die Klartraumberichte hinschicken. Ja, Freunde, so sieht es aus auf jeden Fall. Ja, ich bedanke mich bei euch nochmal recht herzlich für die 9000 Abonnenten. Ich würde mich freuen, wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen würdet. Wenn ihr an dem Buch teilhaben würdet. Also es ist auch so, dass eure Namen drinstehen werden, wenn ihr es natürlich möchtet. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird es zum Beispiel abgekürzt mit zum Beispiel Anna.p. Ja, also nicht der ganze Name wird stehen, sondern abgekürzt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch mit eurem Spitznamen oder mit eurem Küstlernamen drinstehen, wenn ihr nicht möchtet, dass euer Name in dem Buch drinsteht. Also wie ihr es möchtet. Auf jeden Fall, Freunde, würde ich mich über eure Klartraumberichte freuen. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich darüber. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch in Facebook adden. Dort informiere ich alle über die neuesten Sachen. Und über das Buch habe ich zum Beispiel die Leute dort schon länger informiert. Dort habe ich auch eine Klartraumgruppe. Und da werden sehr viele Fragen gestellt und sehr viele Fragen beantwortet. Also addet mich in der Gruppe und ich werde euch, ich meine, addet mich in Facebook und ich werde euch in die Gruppe hinzufügen. Und ansonsten, Freunde, bedanke ich mich bei euch recht herzlich und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem. Und bis dahin, Peace!